Hallo Freunde der Energiewende, Moritz hier von Energiespeicher Online, der Partner für eure Energiewende. Ich schaue mir heute die neuen Vertex S-Module von Trina Solar an. Die Vertex-Technologie-Plattform von Trina setzt auf neue, größere Modul-Wafer, mit denen noch höhere Leistungen und Wirkungsgrade erreicht werden können, ohne an der Preisschraube drehen zu müssen. Trina will bis Ende des Jahres 50 Gigawatt an Produktionskapazitäten für die neue Vertex-Reihe aufgebaut haben. Aktuell werden dafür zig neue Fabriken in China aus dem Boden gestampft. Hochgradig automatisiert und digitalisiert sowie mit neuesten Produktionsequippen ausgestattet, laufen hier im Minutentakt zig Module von den Bändern. In den Vertex-Modulen sind anstatt den alten 166 mm Wavern der auslaufenden Honey-M-Generation nun große 210 mm Waver verbaut. Neu ist außerdem die Trittelung der Zellen mittels Niedertemperatur-Schneidverfahren, wodurch die Schäden an den Schnittkanten weiter reduziert werden. Außerdem reduzieren getrittelte Solarzellen die Leitungsverluste innerhalb der Zellen selbst. Die eingesetzten Multibus-Bus bestehen jetzt aus noch dünneren Träten, wie hier schön zu sehen. So wird die Verschattung auf den unten liegenden Zellen weiter verringert und noch mehr Lichtstrahlen zurück in die Zelle reflektiert. Ebenfalls schön zu sehen sind die verringerten Zellabstände auf gerade einmal 0,5 mm. Hierdurch steigert Trina nochmals die aktive Moduloberfläche. Unterm Strich leisten die neuen Vertex S-Module bis zu 60 Watt mehr als die alten Honey-M-Module und erreichen durchschnittlich 0,4 bis 0,6 Prozent mehr Module-Effizienz. Trina Solar setzt voll auf die neue Vertex-Technologie-Plattform. Sie sind der Meinung, ihre Technologie wird in den nächsten Jahren die Dominante auf dem Markt werden. Wenn ihr jetzt genauso überzeugt seid von den neuen Trina Vertex S-Modulen und die eure Solaranlage mit ihnen bestücken lassen wollt, dann schaut gerne bei uns im Online-Shop vorbei. Wie immer habe ich einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Außerdem versenden wir deutschlandweit für 0 Euro und können euch mit regionalen Installationspartnern die Installation gleich mit anbieten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal für weitere spannende Videos in Zukunft und kommentiert eure Meinung zu den Vertex S-Modulen. Ich freue mich über eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Moritz.